Ja, es wäre eine Maßnahme. So, ich habe meine Sachen erstmal wieder. Aber können wir uns nicht aus Holz auch einmal herstellen? Nein. Eisen oder mit Mods aus Zinn, aber nicht aus was anderem. Oh mein Gott, ein Elektro-Creeper. Ich schubse ihn hier runter, wenn es geht. Nur mal zur Info, die Explosionsradien sind natürlich ungefähr das Dreifache, wenn sie aufgeladen sind. Ja, ne? Okay. So kann man natürlich auch alle Supplies verlieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Warte, ich mach uns mal ein Schwert. Ja, mach das. Gut. So, eine Sekunde. Ich muss gerade mal was schauen. Schau mal was. Wie soll ich das wirklich? Puh. Ja, wir müssen da vorne irgendwie besser ausleuchten, zumindest am Anfang hier. Ja, nur das Problem ist... Hier ist ja schon ganz gut im ersten Raum. Hier spawnt ja nichts. Naja, also gerade eben habe ich hier eine Spinne und das Geld überrascht. Hier ist eine Spinne. So. Ja, wir müssen nur zurück, weil unsere ganzen Sachen werden innerhalb von fünf Minuten verschwinden. Ja. Und über das Labyrinth kann man auch nicht mehr gehen, weil da ein Creeper in der Mitte steht. Ei, ei, ei. Und hier oben sind auch noch Zombies. Wieso spawnst du neben einer Fackel? Na gut, ein bisschen verrottetes Fleisch mitnehmen. So, den Creeper habe ich gekillt. Oh, sehr gut. Das Problem ist jetzt natürlich, wir können hier trotzdem nicht rüber, weil da drüben steht uns zwei Skelette. Und wenn die uns runterschießen, sind wir in der Labyrinth. Ja. So, wir müssen also einmal außenrum. Dann lass uns doch hier über das Bodenlabyrinth gehen. Oder so, ja. Oh, Entschuldigung. Ich bin es inzwischen gewohnt. Ich esse mal ein Spinnenauge. Ach so, nee, das Spinnenauge hat mich vergiftet. Ach so. Ja, das schmeckt ja auch nicht. Ja, ist nicht so wirklich lecker. Ja. So. Ähm. Jetzt haben wir nur bald so gar nichts mehr an Materialien, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall unser Zeug von da oben wieder kriegen und die Creeper hier unten einspielen. Und das ist das Wichtigste. Oh, da ist die Flakweste, okay. Hier ist noch ein Schwert. Ja, warte, hier kriegst du deine Weste wieder. Aber da hinten sind noch Sticks. Die hätte ich natürlich auch ganz gern. Ja, das ist nicht das Einzige, die Sticks. Warte mal kurz. Aber hier deine Weste. Danke. So. Aber wir müssen trotzdem mal da hoch, denke ich. Ja, oben liegen auch noch Sachen von uns. Aber kannst du hier irgendwo einen Stein abbauen? Hast du eine Spitzhacke? Oh, oh, oh. Blödes Vieh. So. Ja, ich hab Spitzhacken. Ja, nimm mal zwei Steine. Bau mal zwei Steine. Oh, oh, oh. Die Schweinebacken. Boah, wie ich mich erschrocken. Boah, nein, die haben andere ausgelöst. Ich verbrenne. Ja, und damit sind meine Sachen weg. Oh, Mann. Wo kommen die alle her? Die lösen sich gegenseitig aus. Sobald einer befreit ist. Verdammte Scheiße. Das geht ja gar nicht. Gehen die auch tot? Ja, die gehen tot. Die sind auch gar nicht, die halten auch gar nicht viel aus. So, jetzt sind aber meine ganzen Items weg. Das heißt, unsere gesamten Supports vom Anfang sind hinüber. Okay. Außer meine Westen. Oh, meine Adrenalin. Oh, ich werd schon wieder abgeschossen hier. Wie hast du denn das gerade überlebt, bitte? Das Vieh. Achso, mich hat sie an die Lava geschubst. Ja. Das war nicht so günstig. So. Ist da noch irgendwas von mir übrig geblieben? Mein Steinswert ist noch da. Das war's. Wir müssen trotzdem die blöden Creeper da einsperren, ansonsten kommen die immer wieder. Ja. Und wir müssen hier richtig aufpassen, weil du hast gerade gesehen, du hast einen Steinblock abgebaut und schon hatten wir eine Plage am Hals. Habe ich aber gar nicht gesehen, der sah aus wie ein ganz normaler Stein. Das sieht doch aus wie ein normaler Stein. Das ist ja äußerst unfair. Nein. Das ist wegs. Das funktioniert leider so. So, ich hab jetzt mal einen kleinen Übergang gemacht. Das hilft uns vielleicht. Aber wir müssen trotzdem noch oben da liegen noch Sachen von uns. Und hier bauen wir noch einen Stein bitte ab. Und hier hast du den zweiten. So und dann... Oder ich mach das schnell, warte. Ja, ich brauche ein bisschen weiter ab. So. Damit haben wir zumindest keine Elektro-Creeper mehr. Ist das sicher? Ja. Ja. Schaust du da? Okay. Ja, sehr gut. So, wo ist denn der Aufgang hier? Der war mal da. Ja, ist immer noch da. Oha. Oh, ich seh schon wieder Creeper. Gut. Wir müssen aber trotzdem dafür sorgen, dass wir hier in diesen Raum mal reinkommen. Da steht auch ein Baum drin. Oder äh... Ja, da steht zumindest... Ein halber Baum. Die untere Hälfte ist weggesprengt. Oh, Creeper. Okay, ich hab überlebt. Ja, alles klar. Hier ist ein Skelett-Reiter. Hier ist ein Skelett-Reiter. Auf einer Spinne. Ja, ich... Bin tot. Ich heb dein Zeug mal auf. Ja, mach das mal. Was zumindest noch von übrig ist. Das gibt's ja nicht, äh. Also, Schwierigkeitsgrad steht übrigens laut Map-Beschreibung auf einfach, ja? Auf einfach. Ja. Auf einfach hätten wir das vielleicht stellen sollen. Stell dir mal vor, da spielst du hier auf extrem. Äh, ja, so. Naja, Hardcore wäre zumindest das ganze Ding relativ schnell vorbei gewesen. Ja, da wäre relativ schnell. Aber auch auf normal finde ich es schon relativ schwer. Äh, ja, aber auf normal ist es wohl ausgelegt. Aber hast du gesehen, da drüben sind auch noch zwei Höhlen hier oben mit noch zwei weiteren Bäumen drin. Na, vielleicht kriegen wir da was. Ja, oh, Creeper. Ja, ich hab's gehört. Und weit entfernt. Noch ein Creeper. Ich hab auch nichts zum, äh, verteidigen. Ich komm gerade rüber. Komm, einfach ein Stück runter hier und es ist gut. Okay. Oh, mein Steinschwert ist hinüber. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, äh, Holz. Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Warum? Äh, erstmal gehört die dir. Und die Eisenschaufel gehört dir. Mein Helm. Ja, ich hab deinen Helm gerettet. Aber das war's leider auch schon. Ja. Na gut. Ja, okay, ähm, können wir hier ne Treppe hochbauen oder hast du keine Steine mehr? Ich hab keine Steine mehr, ich hab auch keine Spitzhacke mehr. Ja gut, dann, äh, ne Spitzhacke hab ich. Moment. Ja, dann, ich hab auch nix zum verteidigen. Ich könnte mit ner Schaufel hauen. Nimm doch das hier kurz. Ja. Dann haust du da frei und ich gucke, ähm, boah, diese Geräusche. Ja, es ist schon recht fies. So, ich versuche jetzt mal einen Weg nach oben zu bauen hier. Mach das mal. Ich bin mich hier ständig nur am, am umgucken, ne? Ja, ich kann das durchaus verstehen. Gefühlstechnisch bin ich auch gerade irgendwie so auf dem letzten Loch. Ja. Am Pfeifen, das ist schon... Ah, mein Adrenalin ist auch ganz gut hoch, gerade. Gut, ich komm hier irgendwie nicht wirklich durch. Warum? Ah, jetzt. Okay. Ja, so ne Treppe, das ist doch ein ganz schönes Stückchen nach oben hier. Ja. Ich bin genau hinter dir. Wenn dich irgendwas angreifen sollte, spring einfach nach hinten weg. Ich steh hinter dir mit dem Schwert. Ähm, ja gut. Also theoretisch angreifen ist zwar ne lustige Sache, aber eigentlich... Tschüss. Äh, eigentlich können die mir hier nicht wirklich viel... Guck mal. Ich wollte dich nur retten. Ja, ja. Du hast mich mal spontan umgehauen. Oh. So, weißt du jetzt, warum da 100 Lederhosen drin waren? Ja. Ähm. Ja, dann bau mal den Übergang. Ich komm da rüber gejumpt. Bau das mal zu Ende. Was ist ein Übergang? Ach, Dusch. Ah, nein. Ähm. Ich, äh, komm angerannt übrigens. Und ich... Ah, hier ist auch noch Holz. Nein, nein. Hier sind keine Monster. Überhaupt nicht. Klick, 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 klick. Ich wurde gerade irgendwie mit 60 Pfeilen, äh, beschossen. Oh. Äh. Ich hab ein Stück Glowstone Dust. Ich hab aber deine Weste nicht, ne? Nö. Tja. Guck mal. Übrigens, ähm, das sind Skelette da in der Mitte. Oh, da kommt ein Creeper. Yippie. Der mit dem Helm, oder was? Da rennt er gleich, als er den Creeper gehört hat. Und hier willst du jetzt einen Übergang bauen, hier oben drüber? Äh, nee. Wir wollen jetzt hier erstmal rauf. Wir wollten doch den Baum holen. Ja. Oh. Hier sind aber nicht so viele Spawner. Ähm, warte, lass uns hier mal den Glowstone hier unten entfernen. Wow. Oh, 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 zisch. Was, zisch? Ah. Ähm. Was hast du gemacht? Nichts? Ich hab Monster mit Glowstone Dust verprügelt. Ja, das darf man hier nicht. Ähm. Guck mal, da oben ist irgendwas in der Decke. Irgendwas ist da in der Decke. Ja, ein Loch. TNT? Oh. Da ist TNT, Tatsache. Äh, irgendwas schießt hier. Oh, schon wieder ein Skelett. Geh weg nach Hause, du blödes. Oh, ich kann noch mit meinem Schwert. Hast du ein Schwert? Nein. Ah, das hab ich noch von dir, ne? Ich weiß nicht, ob du zwei Schwerter hast. Ah, ne, stimmt ja nicht. Du hast nur eins, wir hatten nur noch eins. Eins, ja. Aber hier vorne ist Holz, hab ich gesehen. Ja, ja. Aber wir sollten jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit Holz. Kannst du das abbauen? Ja, ja. Ah, hier unten liegt's, ja. Hier ist ne Spinne. Wenn du mich so ein bisschen beschützt wärst, ist das natürlich sehr nett. Oh mein Gott, ey. Äh. Irgendwas ist gerade in die Luft geflogen, oder? Die, ähm, Brücke hier. Die ist kaputt gegangen? Hinter dir, vor dir, über dir. Ein Baum. Äh, Moment. Eckstein, Eckstein. Alles muss verstecken sein. Meinst du, es fliegt auch wieder in die Luft? Äh, das ist hier, ist auch kein Spawner. Drüben sind Spawner. Äh, dann lass uns genau retten, was wir retten können hier. Oh, da explodiert's. Moment, geh weg. Ich hab's zischen gehört. Nein! Warum? Ähm, wir haben ein TNT direkt abgekriegt. Okay. Das war's dann auch mit dem schönen Glowstone. Das war's nicht nur mit dem Glowstone, das war's mit allem. Okay. Äh, komm, wir holen uns das zurück. Das holen wir uns wieder. Ja, einfach durchspringen. Ja, ich kann nur gerade irgendwie nicht, weil ich, ähm, kein Bild mehr hab. Oh, kein Bild mehr. Du bewegst dich aber. Ja.